Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 28. April Jesus sprach, werft das Netz zur Rechten des Schiffs. Da warfen sie und konnten es nicht mehr ziehen vor der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, welchen Jesus lieb hatte, zu Petrus. Es ist der Herr. Johannes 21, Vers 6 und 7 Vor vielen Jahren kam ein 17-jähriger Schüler in Wuppertal zu einem Pfarrer und bat. Meine Freunde und ich möchten gern Jesus besser kennenlernen. Helfen Sie uns! Das war der Anfang eines großen Schülerbibelkreises. Die Jahre gingen dahin. Der junge Mann war hoher Beamter geworden. Die Bibel und Jesus spielten keine Rolle mehr in seinem Leben. Eines Tages, als er in einem Berliner Krankenhaus lag, Warte, die Schwester, verschaffen Sie mir doch bitte etwas zum Bläsen. Die Schwester brachte eine Lebensbeschreibung. Und als der Patient näher zusah, war es die Geschichte von jenem Pfarrer, zu dem er einst gekommen war. Interessiert schlug er das Buch auf. Und dann las er auf einmal von einem 17-Jährigen, der mehr von Jesus hören wollte. Er las seine eigene Geschichte. Damals. Ja, damals. Als Jesus mein Leben regierte und mein Herz an dem Mann mit der Dornenkrone hing. Der Mann begriff. Nun ist dieser Jesus da und ruft mich neu. So geht's hier den Jüngern. Weggelaufen waren sie. In ihr altes Leben zurück. Aber als sie den wunderbaren Fischzug tun, da steht auf einmal die Vergangenheit auf. Solch einen Zug hatten sie getan, als Jesus sie berief. Ja, damals. Wie schön war es, als ihr Herz für Jesus brannte. Und nun ist er wieder da und ruft sie neu. Welch eine wunderbare Art hat Jesus, seine weggelaufenen Leute zu suchen. Er stellt ihnen das einst vor die Augen. Und schon sehen sie ihre Armut, in die sie ohne ihn geraten sind. Und wie herrlich, dass er nicht nur das Alte aufweckt, sondern dass er sie neu beruft. Herr, halte uns fest und lass uns nicht los. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich. Jesus Christus segne dich.